Ich kann's nicht abwarten, Alter. Ich sitz immer noch im Knast, Leute. Ich kann's nicht glauben, Alter. Ich hab einfach 5 Jahre bekommen und dabei bin ich nur über eine rote Ampel gegangen, sag mal. Ey, was soll das? Jetzt sitz ich hier im Gefängnis und werd hier nie wieder rauskommen. Das macht mich so wütend, dass ich hier so lange bekommen hab. Und wenn ich jetzt diesen Korb werfe, Leute, dann müsst ihr einen Like da lassen. Wow, was für ein Dank, Alter. Like und Abo auf dem Kanal da lassen, Leute. Okay, wir haben eine Mission. Ich möchte hier entkommen. Ich möchte nämlich nicht 5 Jahre mehr im Gefängnis sitzen. Nur wie macht man so einen gut geplanten Gefängnisausbruch? Ja, ich weiß, man kann oft irgendwelche Leute anrufen oder so. Die sollen dann irgendwas crashen oder so und dann holen die einen raus und man versteckt sich irgendwo im Wäschekasten oder so. Aber das machen wir alles nicht, Leute. Denn ich habe eine neue Idee. Aber dafür müssen wir erstmal meine Zelle. Ich bin wieder zurück, Leute. Und hier hab ich nämlich eine Mission. Mir wurde nämlich gesagt, dass hier im Warenhaus, jetzt nicht hier bei uns, sondern im normalen Warenhaus sind angeblich Teile, damit ich einen Roboter oder sowas bauen kann. Aber wir müssen natürlich erstmal in dieses Warenhaus kommen. Und ich habe auch schon eine Idee. Ich habe hier mit... Alter, guck mal, hier pennen sogar einfach welche auf dem Boden. Alter, da hinten ist auch irgendwie einer, der chillt da hinten rum. So, ich habe nämlich eine Idee. Und zwar kann ich mich hier eigentlich verstecken in diesem Wasservorrat. So, kann das funktionieren? Ja, kann funktionieren. So, und dann kann mich einfach... Oh, okay, damit funktioniert das auf jeden Fall nicht. Aber egal, hier ist ja noch so einer für Klamotten. Ich könnte mich hier unter den T-Shirts verstecken und dann fahren die mich vielleicht irgendwo hin. Oh, da, warte mal, ich rede mal mit den Insassen. Yo, Jerry, was hast du mit den allen gemacht? Da hat er die hier verprügelt oder was ist los mit euch, ey? Sag mal, ich brauche einen Weg, wie ich hier rauskomme. Hast du eine Idee? Ja, habe ich. Aber die sage ich dir nur, wenn die Leute jetzt sofort ein Like da lassen, dann quatschen wir mal nicht so von der Seite nicht, ja? Oh, okay, das tut mir leid. Okay, Leute, er hat recht. Ich sollte vielleicht ihn nicht so anquatschen. Da ist nämlich anscheinend der gefragte, keine Ahnung, Insasse oder sowas. Aber anscheinend hat er eine Idee. Liked deswegen das Video, wie eben auch schon gesagt. Und deswegen, Jerry, ja, haben die Leute jetzt gemacht. Sag mal, wie ich hier rauskomme. Ja, eigentlich ganz simpel. Du musst einfach nur zu Zelle 30 und dann kommst du schon ins Warenlager. Aber von da aus keine Ahnung, wie du abhauen kannst. Ins Warenlager. Okay, Zelle 30, hat er gesagt. Alter, die wollen hier wirklich alle raus, ne? Zelle 30. So, 26, 27, 28, 29, 30. Das ist die Zelle. Ich mache mal auf, mal gucken. Okay, sieht auf den ersten Blick ganz normal aus. Aber vielleicht gibt es ja hier einen Weg. Ich habe einen Hammer aus der Handwerksstadt, hier aus der Handwerksstadt da geklaut. Vielleicht kann ich hier unten irgendwo ein Loch graben. Alles klar, Leute. Ich bin jetzt hier irgendwie in den Lüftungsstacht unter dem Bett gekommen. Grab mich hier weiter durch. Und hier geht es in irgendeine Zelle rein. Da schläft auch gerade einer. Okay, ich muss hier irgendwie raus. Komm, warte mal. Geht es hier noch weiter? Ja, da geht es auch in die andere Richtung. Hier liegt auch so ein Handy mitten im Lüftungsstacht. Ich werde anscheinend irgendjemand vergessen. Ich glaube, wir kommen jetzt hier so aus der Zelle raus. Mal gucken. Hier vorne. Wir müssen halt am besten in diese Werkstatt kommen, weil da kann ich halt was richtig, richtig Cooles bauen. Das müsste funktionieren. Was sagt der hier? Er sagt, rotes Metall kann zerstört werden mit dem Feuerzeug. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, geht. Oh, 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 oh. Guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Zack. Und hier nochmal. Hier drüben nochmal, hier drüben nochmal. Sehr gut. Damit können wir uns sozusagen hier vorsichtig durchfräsen. So, da oben auch nochmal. Ich hoffe nicht, dass irgendwelche anderen... Oh mein Gott. Irgendwelche anderen hier im Gefängnis das hören, Leute. So, wir sind schon mal einen Raum weiter. Was ist mit dem denn los, Leute? Hier muss da einfach einer dran glauben oder so. Oh, was ist denn das? Ey, der schießt oder sowas? Alter, Leute, was geht jetzt ab? Oh Gott, da ist noch einer. Okay, ich gehe lieber hier vorne rein. So, okay. Wir sind schon mal ziemlich weit gekommen, sowas. Wo geht es jetzt weiter? In die Garage. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe ein bisschen... Ey, der schießt auf mich. Hier, schnell, Wurfstern. Bam. Explosionswurfstern. Hier drüben nochmal einen. Bam. Boom. Das war es auch mit dem. Okay. Alles gut. Wir dürfen keinen Alarm auslösen, Leute. Alles entspannt. Es geht weiter. Es geht weiter. Wir kriegen das alles. Versteigt da hinten. Oh, so. Das war es mit dem. So. Okay, hier ist ein X an der Wand. Das heißt, hier müssen wir uns durchgraben oder was? Komm schon. Bitte. Was ist mit der Wand los? Da muss ich doch irgendwie... Okay, okay, okay. Mit diesem Ding wieder geht das hier, dass wir uns hier durchgraben können. So. Zack. Kommen wir jetzt hier gleich bei dem coolen Raum raus. Bei der Garage. So. Okay, durch hier. Wer ist das denn? Alter. Hallo. Bist du am Baden oder was machst du? Kann der mir vielleicht weiterhelfen, wo ich hin muss? Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich werde einfach mal den killen. Oh Gott. Hat das was gebracht? Ist hier... Kann ich da durch die Wand durch oder so? Nee, die Wand ist... Nee, okay. Die Wand ist Stein. Ich habe jetzt hier so ein rotes Fass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn hier freigesprengt? War ich hier schon? Guck mal, da kann man so ein bisschen durchgucken. Ich glaube, da war ich schon. Ich will hier eigentlich irgendwo jetzt weiter. Das ist ja Sackgasse. Vielleicht kann ich mich hier nach unten auch weitergraben. Warte mal. So. Dann packen wir hier mal so ein paar Dinger hin. Oh. Oh. Nein. Das Spiel ist abgestürzt. Ähm, Leute. Jetzt sieht das hier auf jeden Fall sauber aus. Ich hoffe nicht, dass die das jetzt mitbekommen. Ich muss mich irgendwie nach unten durchgraben. Da. Hier. Oh mein Gott. Kann ich hier durch? Ja. Oh mein Gott. Ich passe hier sogar durch. Jetzt bin ich hier irgendwo im Minensystem. Okay. Ich hoffe, wir kommen jetzt gleich jede Sekunde aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wurfstädte. 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 Wo sind die? Oh Gott, Leute. Wurfstädte schnell. Hier ist ja alles voll. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich muss jetzt hier irgendwo aus dem Lager raus. Hier vorne. Das sieht gut aus. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig laufe oder nicht, Leute. Ich laufe hier gerade einfach irgendwie. Hier ist so ein Weg nach oben. Okay. Da geht es aber nicht hin. Hier ist die Garage. Oder? Nee, aber ein Weg auf jeden Fall in die Garage. So. Hier. Nimm mal schnell einen Wurfstern hier, Kollege. So. Bam. Und der explodiert, Leute. Wir können einfach so ein Auto hier nehmen, aber das Tor ist verschlossen. Verdammt. Ey. Ich habe keinen Plan. Wo kann ich denn jetzt noch hin? Yo. Alter. Haut mal ab hier, Alter. Was wollen die? Yo. Yo, 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 yo. Okay. Und das war es mit denen. Sehr, sehr gut, Leute. Wir müssen jetzt hier irgendwo raus. Es gibt hier anscheinend noch einen anderen Weg für die Garage. Aber wo denn? Vielleicht doch hier vorne. Ja. Ja. Ist gut. Mal gucken. Oha, Leute. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Ich bin wieder irgendwo oben. Und ich bin, glaube ich, jetzt beim Hangar. Geht das hier auch auf? Oh nein. Kann man nochmal durchgucken? Nee. Okay. Da geht es irgendwo runter. Aber ich bin wirklich... Oh mein Gott, Leute. Hier sind die Kanonen und so. Ich bin wirklich jetzt in dieser Garage, von der ich die ganze Zeit rede. Endlich bin ich hier. Und jetzt habe ich eine Idee. Und zwar baue ich jetzt den coolsten Roboter mit ganz, ganz vielen Kanonen. Nach über vier Stunden bin ich endlich fertig, Leute. Ich habe den Roboter zusammengebaut. Ihr seht es selber. Es ist alles durcheinander gegangen hier. Das ist der Roboter. Und ich hoffe, damit kann ich jetzt endlich aus dem Gefängnis abhauen. So. Rein hier erstmal. Okay. Das funktioniert schon mal. Man kann sich drehen. Okay. Aber funktionieren die Kanonen auch? Das weiß ich nicht genau. Wir testen mal aus. Oh mein Gott. Und nochmal. Nochmal. Komm. Bam. Jawohl. Und jetzt durch hier. Alter. Oh mein Gott, Leute. Guckt es an. Der Roboter ist am Start. Und damit kann ich jetzt hier hoffentlich endlich abhauen. Alter. Ich hoffe, der macht jetzt hier auch den Zaun kaputt. Bam. 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 Hier. Durchhauen. Nochmal. Weiter. Weiter. Und zack. Nochmal. Und zack. Okay. Okay. Funktioniert das Hochspringen? Ja. Das Hochspringen geht einigermaßen. Ja. Ich könnte oben rüberspringen, glaube ich. Wenn ich es schaffe, mich daran festzuhalten. Aua. Der Stacheldrahtzaun. Okay. Alles gut. Mit dem Roboter müssen wir vorsichtig sein. Sonst macht er alles kaputt. Guck mal hier. Der macht hier wirklich den Zaun jetzt Schrott. Und der ist auch gut für uns. Weil jetzt können wir hier durch. Und aus dem Gefängnis einfach abhauen, Leute. Mit dem Roboter, den wir einfach selbst gebaut haben. Alter. Ohne, dass das einer mitkriegt. Leute. Jetzt nochmal schnell weg hier, bevor ich wieder rein muss. Jo, Leute. Es ist einfach geschneit in der Stadt. Guck mal, wie cool. Hier sind sogar überall so Schneemänner. Sogar hier auf der Bank. Wie krass ist das denn? Und, äh, Koopa, was machst denn du hier? Sag mal. Oh, ho, ho. Kaspar. Schön, dich zu sehen. Guck mal, was ich bekommen habe. Ein riesiges, hergesteuertes Boot. Jo, das sieht ja richtig cool aus. Das ist ja auch richtig groß. Sag mal, Leute. Guck mal, was er bekommen hat. Alter. Darf ich denn mit mal fahren? Du darfst damit spielen, wenn die Leute ein Like auf dem Video da lassen. Ey, Leute. Komm, ihr wollt doch auch mal sehen, wie das Boot aussieht, wenn man damit fährt. Komm, lasst mal ein Like auf dem Video da und abonniert hier den Kanal. Okay, okay. Haben die Leute jetzt gemacht, Koopa? Na, wenn das so ist, dann viel Spaß mit meinem Boot. Aber seid bloß vorsichtig. Das geht schnell kaputt. Okay, ja. Keine Sorge. Ich pass auf. Alter, Leute. Guck mal. Wir dürfen damit einfach spielen. Alter. Wie cool ist denn das? Und hier vorne kann man einfach... Oh, Gott. Oh, Gott. Leute. Ich glaube, ich habe... Ich glaube, ich habe... Was soll ich denn dazu noch sagen? Sag mal. Hey, was machst du mit meinem Boot? Sag mal. Kann ich doch mal ganz kurz hier ein bisschen so ein bisschen Lack drüber. Und alles gut. Ja, Koopa, ich möchte mit deinem Boot nicht spielen. Ich finde das sowieso nicht so cool. Aber hat Spaß gemacht. Hey, du hast ja noch eine Ecke ausgebessert gerade. Das haben wir doch genau gesehen, du Langfinger. Was denn? Ich habe gar nichts gemacht. Ist das da? Das war von Anfang an so. Ich habe damit gar nichts gemacht. Na, warte. Ich rufe die Polizei. Du gehst in den Knast. Leute, ich muss mich verstecken. Die Polizei kommt anscheinend jetzt. Alter, die wissen gar nicht, was Fars ist. Und... Yo, da liegt doch Koopa. Die haben Koopa erschossen. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich, Officer, bitte machen Sie nichts. Guck mal, die haben sogar das Boot kaputt gemacht. Ich mache nichts. Alles gut. Steigen Sie mich ins Gefängnis. Du, mein Junge, gehst lange in den Bau dafür, dass du hier das Boot kaputt gemacht hast. Okay, aber ich will nicht ins Gefängnis. Tja, das tut mir leid. Da hast du aber Pech gehabt. Ah, Leute. Ich will raus hier aus der Zelle. Die haben mich jetzt hier einfach eingesperrt im Gefängnis. Und ich bin hier sogar noch in so einer Isolierungszelle. Das heißt, ich bin hier ganz alleine. Sag mal. Bitte. Lass mich raus hier. Ich habe doch gar nichts getan. Ich habe nur das Spielzeugboot kaputt gemacht. Sag mal. Ich habe hier auf jeden Fall einige Sachen. Vielleicht kann ich mich hier mit. Oh, mein Gott. Nach draußen fräsen. Ja, das sieht doch gut aus. Das funktioniert. Guck mal. Hier die Tür. Zack. Dann mache ich einfach einmal den hier. Bam, 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 bam. Oh, mein Gott. Mit dem Schweißbrenner kann ich hier einfach raus, Leute. Wie krass ist das denn? Und jetzt hängt hier auch noch so ein bisschen was. Aber alles gut, Leute. Wir sind einfach im Gefängnis. Ich glaube es nicht. Und ich habe noch gar nicht die Leute kennengelernt. Deswegen, hallo. Wer bist denn du? Lass mich in Ruhe, Junge. Und quatsch bin ich nochmal von der Seite an. Okay, ist ja gut entspann dich. Sag mal, ich frage doch nur. Alter, direkt so unfreundlich hier, sag mal. Und yo, wer bist du? Hast du dir das Sagen? Hey, Junge, Mann. Hast du ein Problem? Was quetscht denn mich hier so an, hä? Du weißt wohl nicht, wo dein Platz ist. Hab mal Respekt vor mir. Alter, entspannt euch. Was ist das? Was sind die alle so geladen, Leute? Was ist los mit denen, sag mal? Alter, selbst da oben ist einer drauf. Planen die hier gerade irgendwie einen Coop oder so? Was ist mit euch los? Ey, Mann. Ich will nicht so laut reden. Weil sonst kommt dann D-Wank. Was kommt dann? Ich kann ihn ja gar nicht verstehen. Was kommt? Ey, Mann. Es kommt dann der T-Rex. Der T-Rex? Was meint der denn damit? Was ist denn ein T-Rex? Dieser Dinosaurier oder was? Der lebt wohl auch noch irgendwie, weiß ich auch nicht, das Jahrhundert oder so, oder vor ein paar Millionen Jahren, als die Dinosaurier noch lebten. Es gibt die. Es gibt Dinosaurier. Es gibt Dinosaurier. Glaubst du ja wohl selber nicht, sag mal. Also, Leute, T-Rex hier im Gefängnis wahrscheinlich. Okay, komm. Ich würde sagen, wir müssen hier irgendwie einen Weg nach draußen suchen. Hier arbeitet anscheinend keiner. Also, ihr seht das selber hier. Der Fernseher, der ist easy kaputt zu machen. Jo, hast du vielleicht eine Idee, wie ich hier rauskommen kann? Du willst dich da draußen? Glaub mir. Ey, Leute, was ist denn hier mit den ganzen Leuten los? Sag mal. Hier auch in der Zelle? Alter, hier, da war, ey, wer bist denn du? Da war eben einer, der hat einfach gesagt, hier gibt es einen T-Rex. Kann ich dich hier vielleicht hier rauslassen? Hi, mein Junge. Du bist anscheinend neu hier. Ich weiß, es ist alles ein bisschen umständlich. Aber es gibt ihn, den T-Rex. Am sichersten bist du eigentlich in deiner Zelle selbst. Leute, was labern die alle? Was für T-Rex? Oh mein Gott, da oben, da fallen irgendwelche Sachen durch den Boden. Alter, hier fallen die Decke. Oh mein Gott, die Decke fällt hier zusammen. Alter, da oben war irgendwas gerade. Habt ihr es auch gesehen? Ich bin schön, ich habe da irgendwas gehört gerade. Okay, komm. Wir müssen jetzt hier wirklich mal einen Weg nach draußen finden. Hier wahrscheinlich hier vorne. So, kurz mal mit dem Schweißbrenner hier ein. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich höre hier irgendwas. Kurz mal hier ein Loch reingemacht. So, alles gut. Alter, die Bewachung. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, das ist ja echt ein T-Rex-Mund. Ist der dahinter oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe lieber wieder in die Zelle rein, Leute. Ich habe nichts gemacht. Alter, anscheinend gibt es hier wirklich einen Dinosaurier. Das kann ich aber gar nicht glauben. Ey, wie krass ist das denn bitte? Guck mal, selbst der Typ hier in der Zelle, der will anscheinend schon raus. Keine Sorge, ich kann dich hier rausholen. Ich habe nämlich einen Bunsenbrenner. So, und kein Problem. Du bist frei, mein Freund. Guck mal, da draußen bei ihm. Oh mein Gott, seht ihr das gerade selber? Da draußen. Da frisst sich echt irgendwie ein T-Rex rein, habe ich das Gefühl. Oh Gott, ich muss da irgendwie ein Loch rein machen. Ich würde sagen, ich haue hier am besten einfach mal ab, Alter. Auf einmal ist da wirklich ein T-Rex. Hier, da oben. Oh mein Gott, er beißt sich hier wirklich durch die Wand durch. Alter, was ist los mit dem? Guck mal, Leute, da ist der. Alter. Hallo? Das ist der T-Rex. Guck mal, was macht der denn? Wie sieht der aus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schleller draußen, schneller draußen. So. Okay, funktioniert das? Bitte, kann das bitte funktionieren hier? Okay, das funktioniert auch nicht so 100%. Aber, Alter, einfach wirklich ein T-Rex, Leute, im Gefängnis. Und der macht dann die ganze Wand kaputt. Der wird jetzt die ganzen Insassen fressen oder so. So, zack, das Ding auch nochmal kaputt machen hier. Ja, so richtig komme ich hier. Vielleicht mit dem Vorschlagshammer? Auch nicht. Ey, dass man jetzt auch hier nicht mehr raus kann durch die Türen, sag mal. Da ist der T-Rex. Oh mein Gott, der will mich fressen. Oh mein Gott, Leute. Guckt ihn euch an, Alter. Da oben ist der, Alter. Der will hier wirklich einfach rumfressen oder so, Alter. Wir müssen jetzt hier ganz, ganz schnell raus, ganz schnell, schnell raus. Äh, aber wo am besten? Ich meine, durch das Glas kommen wir ja nicht mal richtig. Vielleicht, wenn wir, ähm, hier, ja. Wir können den Türrahmen, oh mein Gott, wir können den Türrahmen wegbrennen. So. Ja, da vorne auch nochmal ein bisschen. So. Und hier unten. Und jetzt können wir uns vielleicht durch diesen kleinen Spalt durchzwängen. Können wir es so machen? Oh. Ja. Oh mein Gott, wie hat das geklappt, Leute? Ich glaube es nicht. Ich bin einfach durchgekommen. Und hier die Tür, die können wir einfach so normal öffnen. Okay, wir weg. Alter, da ist der T-Rex. Oh mein Gott. Leute, guckt ihn euch mal, wie der aussieht. Oh Gott. Ich muss mich hier vor dem verstecken, Leute. Der macht hier nämlich alles kaputt. Da ist der, Alter. Guck mal, wie er sich da einfach sogar... Alter. Der sieht ja ganz komisch, der stellt aus. Alter, der hängt da vorne einfach mit seinem Kopf fest in der Wand. Oh mein Gott, da ist der, Leute. Und jetzt risset ihr wirklich alles kaputt. Guckt euch das an. Da auch da oben, das Geländer. Der will hier alles kaputt beißen. Wir müssen den irgendwie austricksen, dass wir irgendwie die anderen Insassen befreien können. Ich habe hier auf jeden Fall noch ein paar Kanonen mit reinsprungeln können. Oh nein, der Turm. Der Wasserturm. Alter. Der macht hier wirklich alles kaputt, aber ich könnte hier ein Seil spannen. So, und passt das? Vielleicht hier rüber. Ja, das würde gehen. Nochmal. Und jetzt von dem Boden so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Turm fällt oben auf den T-Rex oder was? Alter. Oh Gott. Der Turm hängt einfach halb fest, aber... Vielleicht bringt es ja was, wenn ich den Turm jetzt losmache und auf den T-Rex fallen lasse. Oh mein Gott, der hat mich gesehen. Feuerkanone. Wo ist die? Wo ist die? Hier, hier, hier. Okay, okay. Und jetzt schnell. Schnell den Turm kaputt machen. Los, auf den T-Rex rauf. Hier unten auch nochmal. Oh mein Gott. Hier hängt er fest. Zack. Und hier drüben, hier drüben, hier drüben, hier drüben, hier drüben. Ja, fall auf den T-Rex rauf. Los. Ja, fall auf ihn rauf. Ja. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert? Oh mein Gott, der Turm fällt auf ihn rauf, Leute. Was passiert hier gerade? Alter, der T-Rex ist da drunter einfach eingeklemmt oder so. Guck ich das mal an, wie das aussieht. Ich glaube nicht, dass der sich befreien kann. Oh Gott, er konnte sich doch befreien. Ja, aber da, guck mal, die Stange, die hängt da auf seinem Nacken drauf. Der hat hier wirklich Probleme, sich zu befreien. Einfach, der lebt so lange. Guck mal. Alter. Einfach rein. T-Rex. Oh Gott, okay, er ist frei, er ist frei. Ich hab nichts gesagt. Alles gut. Wir müssen uns einen anderen Weg hier raussuchen. Ey, selbst hier vorne macht er einfach alles kaputt. Nein, der beißt hier wirklich in jede Wand rein. Wie wäre es denn, wenn wir hier... Ja. Oh Gott, da geht es so wieder zurück zur Zelle. Wir müssen irgendwie einen Weg hier ganz rausfinden. Vielleicht bringt es was, wenn man hier das... Oh Gott. Oh Gott, er schreit um sich, Leute. Vielleicht bringt es was, wenn man hier das aufmacht. So, und jetzt hier schnell durch. Ja. Oh Gott, okay, das hat schon mal funktioniert. So, jetzt hier diese Tür, geht die auf? Ne, okay, die funktioniert nicht. Aber das scheint die Schleute nach draußen zu sein. Gucken wir mal, ob wir uns hier mit der Tür... Ja, wir können uns hier ein kleines Löchlein durchbrennen. So, und... Zack, das müsste reichen. Ja, das ist die Krankenstation vom Gefängnis. Oh mein Gott, okay, okay. Weiter. So, hier auch nochmal ganz kurz aufmachen. So, zack, und durch hier. Sehr gut. Alter, und hier ist so ein riesen Lüftungsschacht. Das sieht doch schon so aus, als würde man hier rauskommen, oder nicht? Nein, da ist nichts hinter. Ich glaube, und es brennt. Oh Gott. So, Checkkarte vorhalten. Hier sind noch genug Checkkarten, oder? So Klamotten. Hallo. Kann das bitte mal aufgehen, oder muss ich hier selber auch nochmal ein Loch reinmachen? So, alles klar. Dann mache ich hier halt nochmal ein Loch rein. Und hier auch nochmal. So, das ist eine Zelle. Ich glaube es nicht. Raus hier wieder. Oh Gott, Leute. Ich muss hier jetzt raus. Gefängnis raus. Hier vorne. Das sieht so aus, als wäre das hier der Ausgang. So, und zack. Ja, hier. Guck mal, das ist auch so schleusen. Und nach draußen jetzt. Hier, bam, 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 bam. Einmal alles wegmachen. So, ich glaube, das ist der Weg nach draußen. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt hier vorne einfach nur noch das hier öffnen. Und Tor geht auf. Tor geht auf. Und es geht nach draußen, Leute. Sehr wichtig. Und hier vorne das Tor. Das ist jetzt verschlossen. Aber ich habe auch da die Idee. Und zwar können wir locker hier auf diesen Knopf drücken. Ja, und damit geht das Tor hier einfach auf. Und jetzt müssen wir nur noch durch den letzten Zaun hier. Und wir sind frei, Leute. Wir sind einfach abgehauen aus dem Gefängnis. Oh, Leute. Gleich endlich aus diesem kalten Wasser raus. Ich musste einfach über diese Insel schwimmen, damit ich jetzt hier bin, Alter, in meiner alten Stadt. Leute, endlich. Überall sind einfach diese ganzen Schollen. Es war einfach alles zugefroren und richtig, richtig kalt. Ich muss hier wirklich entkommen, weil irgendwo soll ja auch noch diese T-Rex sein. Aber keine Ahnung. Was ist denn das da? Oh Gott, da hat sich anscheinend einiges getan in meiner Stadt. Aber alles gut. Ich werde mir auch noch ein gutes Plätzchen suchen. Ich habe nämlich hier zu Hause irgendwo meine ganzen Kanonen versteckt. Und zwar hier vorne in dieser Fabrikhalle. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob die noch hier hinter sind. Und tatsächlich, die sind alle noch hier hinter. Das heißt, jetzt bin ich gut gewappnet. Ich habe jetzt ein paar Sachen, wie zum Beispiel. Boom. Diese Klaviere, die ich hier einfach vom Himmel ausschicken kann. Leute, wie krass. Oh, wow. Oh, mein Gott. Da kommt der T-Rex hier direkt. Alter. Da kommt der doch sogar schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der war doch eben noch im Gefängnis. Hier, los. Bam. Bam. Ja. Okay, und er muss einfach nur ein Klavier drauf fallen jetzt hier auf den. Los, komm schon. Komm schon, noch mehr Klaviere. Ja, so, genau, so, genau, so, genau, so. Weiter, weiter, weiter. Ja, sehr gut. Okay, okay. Ein bisschen haben wir getroffen. Was habe ich noch? Was habe ich noch so? Ich habe hier auf jeden Fall noch so irgendwie so ein Laserding. Damit kann ich hier, alter, runter vom zugefrorenen See. Sag mal, Leute. Hier sind ganz viele Leute am Schnittschuhfahren. Und der Typ ist hier am Eisangeln. Guck mal. Der Eisangelt hier einfach. Na, hast du schon was gefangen? Mann, ich habe gar nichts gefangen. Was ist denn das da hinter dir? Wow. Was meinst du? Oh mein Gott, läuft in den T-Rex. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss irgendwas finden, damit ich hier... Was ist das denn? Ah. Oh mein Gott. Das ist irgendwie so eine neue Kanone. Damit kann man hier anscheinend so Hitze wegschießen. Okay, warte mal. Man kann das hier anscheinend noch ummodifizieren. Jetzt habe ich es ummodifiziert. Und jetzt, was bringt das? Oh mein Gott. Wow. Alter, ich kann damit einfach Sachen ganz gezielt abschießen. Guck mal hier. Bam. Und den ganzen Truck. Was habe ich noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Alter, das ist so eine krasse Kanone. Okay, jetzt sucht er... Oh mein Gott, jetzt sucht er nach Hitze sozusagen. Alter, so eine Eiskanone einfach. Okay, was haben wir noch? Feuerlöscher. Plastorpistole. Das hört sich gut an. Oh mein Gott. Alter, der bricht ein. Der T-Rex, der ist einfach eingebrochen. Gerade im Eis. Was? Der ist hier einfach gerade eingebrochen. Leute, hier. Du kommst da nie wieder raus, du T-Rex. Alter, was das für eine krasse Plasma-Kanone, Leute. Ich würde sagen, ich muss hier auch ganz schnell weg, bevor die Polizei wiederkommt. Alter, das wird ja noch was. So, rein in die Autos und Abflug weg hier. Alter, einfach ein T-Rex, Leute, der einfach eingebrochen ist im Eis. Und so. Und... Gerade so auf die Brücke raufgekommen. Alter, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Da liegt jetzt sogar noch ein T-Rex. Alter, was ging hier ab? Sogar hier vorne. Alter, was geht hier bei dem Mülleimer ab? Sag mal. Der ist hier komplett am Durchdrehen. Bam. Bam, bam, bam. Okay, der ist auf jeden Fall kaputt. Alter. Warte mal, die zeigen hier. Der filmt hier vorne was in diese Richtung. Soll da was sein? Haben sie da irgendwas gesehen oder was? Ich weiß ja nicht, ob der da was gesehen hat, aber... Oh mein Gott, Leute. Doch, der hat was gesehen. Und zwar ein Velociraptor und ein T-Rex. Jetzt kommen hier einfach zwei Leute auf einmal. Es rettet sich weg. Oh Gott. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Ich habe hier noch diese Line. Ich könnte immer noch versuchen, irgendwie ein Seil zu spannen, dass sie darüber stolpern. Vielleicht hier dazwischen? Nein, reicht nicht von der Länge. Ich muss irgendwo eine enge Passage finden, wo ich genau weiß, dass die da langlaufen. Hier, in den Laden rein. So, und zack. Nochmal. Der kommt doch jetzt hier niemals. Oh mein Gott. Ja, er hängt fest. Nein, er hängt doch nicht fest. Oh Gott, so ein Velociraptor, Leute. Einfach. Und der T-Rex ist auch die Mutter oder so. Vielleicht ist er auch ein BB-T-Rex oder sowas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Ähm. Feuerzeug. Das bringt mir jetzt nur nichts. Eine Shotgun. Eine Blumenpistole. Du mini Velociraptor, hau ab. Ja, den kleinen haben wir schon mal. Wichtig. Oh Gott, nicht, dass das hier die große Mutter gesehen hat. Bam. Bam, Betäubungsgewehr, Betäubungsgewehr. Nochmal. Boom. Und boom. Sehr gut. Und boom. Und boom. Oh, der kann schon nicht mehr. Guck mal. Der kann schon nicht mehr. Der hängt schon ziemlich gut fest. Hier, Rohrbombe. Zack, zack, zack. Ein paar Bananen. Wichtig. Oh Gott. Oh Gott, er hat sich befreit, der T-Rex, oder was? Ich platziere mal, glaube ich, ein bisschen Nitroglycerin auf den Boden, oder? Ich glaube, das bringt was. Zack, 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 zack. Dann müssen wir jetzt den T-Rex irgendwie drüber scheuchen, dass der das auslösen kann. Na komm doch, du T-Rex. Hier drüben, über das Nitroglycerin musst du jetzt rüber. Hier, komm. Na komm. Hier kriegst du mich doch sowieso. Oh Gott, da kommt er wirklich. Leute, guckt euch das an. Guckt euch das an. Jetzt wird er einfach drüber laufen. Und dann war es hoffentlich mit ihm. Und boom. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott, die Beine sind einfach abgefallen, Alter, Leute. Und das war es mit ihm. Oh mein Gott, er hat keine Beine mehr, Leute. Und hier, zack, nochmal auf die Arme drauf. Bam. Das war es mit dir, du T-Rex. Ey, dafür müsste ich doch eigentlich einen Orden bekommen. Und dafür gehe ich auf jeden Fall auch nicht ins Gefängnis. Denn ich mache mich hier mal ganz schnell aus dem Staub, Leute. Und bevor hier nochmal die Polizei kommt und ich wieder ins Gefängnis muss. Ich meine, ich habe den T-Rex aufgehalten. Die sind mir eigentlich was schuldig. Leute, wir konnten den T-Rex aufhalten. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Der war einfach im Gefängnis. Wie krass ist das bitte? Lasst doch unbedingt ein Like und ein Abo da. Und checkt erstmal, wie sind meine Videos aus, die ihr seht. Wir sehen uns im nächsten Video. Da würde ich schon sagen, bis dahin und ciao, ciao.